Musik 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 15 Jahre Kugvorstellung mit Kabarett Also haben wir auch noch heute ein kleines Jubiläum, das wir anzusagen haben. Es begann im Jahr 2002 mit Maria Peschek. Es folgten ihr Christian Springer, Hage Butzko, Monika Gruber, Waltraud und Mariechen, Holger Päts, Christian Überschall, Simone Solga, Gerhard Polt, Wolfgang Krebs, Missi Aumeier, Josef Brustmann, Andreas Kribl, André Hartmann und zuletzt Franziska Wanninger. Dabei wurde das Oktoberfest aus bayerischer und Münchner Sicht beleuchtet, aber auch mit dem Blick von außen gesehen, von Ruhrpott aus, aus Franken, von der Schweiz aus, die Sicht aus Sachsen und der Oberpfalz. Und heute, lieber Otto? Ja, heute gibt es was Besonderes. Ich freue mich nun, Ihnen den bisherigen Klugredner vorstellen zu dürfen. Er kommt aus dem Allgäu und ist aktuell Gewinner der Sparte Musik des Bayerischen Kabarettpreises 2017, wo er wie folgt gewürdigt wurde. Seine klugen Texte, absurden Gedankensprünge und sein verdrehter Humor offenbaren, dass das Banale durchaus Bedeutung hat. Lyrisch, authentisch und scheinbar mühelos ist seine Musik und er trifft damit immer mitten ins Herz. Jetzt freuen Sie sich mit mir auf Maxi Schafroth und seinen Vitamisten Markus Schalk. Vielen Dank für diese nette Ansage. Wir möchten uns bedanken erst einmal. Für uns ist das was Besonderes, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind beide aus dem Allgäu. Wir sind Randwirts, Söhne aus dem Unterallgäu. Wir sind mit dem Allgäu-Express reingefahren nach München. Wir kommen aus einem 78-Seelen-Dorf. Also so ein Dorf mit einem grünen Ortsschild, wo alle sich merkwürdig ähnlich sehen. Aber man redet nicht drüber. So was wissen Sie, so eine leichte Abgeschiedenheit. Eine leichte Abgeschiedenheit im bescheidenen Bayerisch-Schwaben. Das ist für uns wirklich, weil wir nach München kommen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und darum möchte ich wieder für die Einladung bedanken. Wir sind beide Landwirts-Söhne. Das heißt, wir sind momentan auf der Flucht. Wir sind sozusagen designierte Hoferben und immer glücklich, wenn wir ein bisschen rauskommen. Und es ist wirklich eine Ehre, dass ich heute hier reden darf, diesen Trug auch vorstellen darf. Eigentlich hätte das Horst Seehofer heute machen sollen. Er hat sich entschuldigen lassen. Er ist in Ingolstadt und spielt Eisenbahn. Das wissen Sie, in seinem Obikeller hat er ja Bayern maßstabsgetreu nachgebaut. Und da schaltet er dann seine Weichen und lässt dann in seinem Bayernland die Züge herumfahren. Und da hat er dann so einen kleinen Hartgummisöder, den bindet er aufs Gleis. Und ja, dann fährt er mit dem Regionalgespräch drüber. Für uns ist das wirklich eine große Freude, wenn wir nach München hineinkommen. Mit dem Allgäuer, wissen Sie, da machen Sie kein großes Geld. Also am Allgäuer an sich werden Sie nicht viel verdienen, weil die Allgäuer gehen immer nur dann auf die Wiesen, wenn Zentral-Lampfeschaftsfest ist. Weil da gibt es umsonst Bleistifte von der Bayer. Also für den Allgäuer ist wichtig, wissen Sie, für den Allgäuer ist immer wichtig, dass er mehr heimbringt, wie er mitgenommen hat. Also Krüge zum Beispiel. Also wenn Sie Ihre schön polierte, stellte Tableware suchen, die steht im Allgäuer. Alles schön einsortiert in Krüge bei uns daheim. Und wenn wir hierher kommen, muss ich immer wieder sagen, man ist beeindruckt. Also gerade vor Ihnen jetzt stehen wir hier, wir zwei Baurer-Burber vor Ihnen. Gastronomische Lichtgestalten. Und ich sehe das Funkeln in Ihren Augen. Das ist wirklich für uns was ganz, ganz Besonderes. Wir wissen, dass Sie in Oberbayern anders sind. Sie haben andere Bräuche, das ist ganz klar. Das Starnberger-Kradlerscheichen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das Starnberger-Kradlerscheichen. Da wird der Starnberger mit dem niedrigsten Bruttojahreseinkommen in Nackt aufs Dorf getrieben. Und dann mit der Steuererklärung an den Meibang gefesselt. Also, nein, das muss ja keiner reden. Das war aber ein bisschen so ein Leistungsvergleich. Das können Sie in Oberbayern immer so ein bisschen vergleichen. Wer ist besser, wer hat mehr? Und für mich ist das heute ein Anliegen. Und da geben wir das Herz gleich auf, dass ich Sie heute mitnehme ins Struktursprache Bayern. Also da, wo man noch darauf angegessen ist, seinen Lebensunterhalt durch Erträge aus Arbeit zu bestreiten. Da schmunzeln die Wiesenwirte. Also, nein, die sind ja bodenständig. Die Wiesenwirte sind bodenständig. Ja, die fahren Geländewagen. Also das heißt ja schon bodenständigkeit pur. Da möchte ich Sie heute mitnehmen. Also, ja, strukturschwaches Bayern. Ich sage das immer, wenn wir spielen, wir machen viele Auftritte auch in Nordrhein-Westfalen. Also so Cultural Coachings. Und da sage ich immer, Sie dürfen das nicht alles in den Topf schmeißen. Bayern ist geteilt. Wenn Sie jetzt immer mal sagen, ach, Bayern, da haben Sie ja Premium-Automobilhersteller und ich weiß nicht was alles. Und da geht es Ihnen ja super gut. Da sage ich, das stimmt nicht. Wir haben im Allgäu keine Premium-Automobilhersteller. Wir haben Fendt. Das reicht. Also, da sind wir auch stolz drauf. Also, Fendt ist der ganze Allgäuer Stolz. Da haben Sie in so einem modernen Fendt, da haben Sie alles drin. Da haben Sie Keyless Go. Da haben Sie Around the Corner Light. Da haben Sie Katzen Distance Warning. Also, das ist wirklich unser großer, großer Stolz. Und darum möchte ich Sie ein bisschen sensibilisieren heute. Ein bisschen sensibilisieren für das strukturschwache Bayern, damit Sie wieder begreifen, wie gut es Ihnen geht. Und darum stellen Sie sich einmal eine Traktoren-Tankstelle vor. Thank you, Markus. Wir sehen eine rostige Traktoren-Tankstelle. Und eine Tankstelle schläft, das einsam im Wind wiegt. Vielleicht ist es eine Beifahrung. Und jetzt sehen wir hinter der Diesel-Zapfsäule. Da kommt eine kleine Katze hinten raus. Aber nicht, was Sie sich jetzt vorstellen. Wenn Sie denken jetzt da an so eine Trünwalder-Luxus-Katz, oder so eine dicke Katze mit einem dichten Fell, so eine Schäber-Katz, so eine verwendete Stadt-Katz, die heimlich auch Yoga macht. Nein! Wir sehen eine dürre Alba, eine Nutz-Katz. Eine dreibeinige, also ein Mäh-Opfer. Schauen Sie genau hin. Sie wissen, Sie müssen sich wirklich visualisieren. Und jetzt schauen wir hinten in der Ferne, da sehen wir, wir sehen diese Katze erst einmal. Das ist ganz wichtig, eine dürre Allgäuer Stallkatz mit so einem verklebten Augen. Aber die hat Hoffnung, in dem einen Augen, was offen ist. Da hat die Hoffnung, das ist im Allgäu ganz wichtig. Die Allgäuer Hoffnung, die Allgäu wie an Hope. Und jetzt schauen wir dahinter, schauen wir weiter, da sehen wir eine freie Feuerstelle. Es wird im Allgäu grundsätzlich alles verbrannt, was man kostenpflichtig entsorgen müsste. Wir sehen einen brennenden Kadett und ein violettladerndes Asbestfeuer. Und da möchte ich Sie mit hinnehmen. Und da schauen Sie mal, jetzt in der Ferne, da sehen wir ein schmächtiges Alba. Er kommt am Horizont auf einem rostigen Damenrad mit drei Gang Nabenschaltung. Sie sehen jetzt mich, ich war immer schon sehr schmal. Also was soll man auch machen, wenn man im Allgäu aufwächst mit einer Laktoseintoleranz? Aber ich sage Ihnen das, ich habe diese Hoffnung gehabt, diese Algäu wie an Hope. Ich habe immer weiter gehabt, weil ich wusste, ob ich nicht strebsam bin. Dann kann ich alles erreichen, was ich will. Und jetzt schauen wir hinten in der Ferne, da sehen wir den Lech, die bayerische Naturgrenze, der bayerische Ganges auf der Allgäuer Seite. Da sehen wir die Skelette, tot der Kälberfluss abwärts treiben. Und jetzt schauen wir gemeinschaftlich über den Lech drüber und da sehen wir das gewohnte Land. Da sehen wir Sie, da sehen wir auch den Landkreis Stahlberg. Wir sehen die Stahlberger Gesichtsschirurg-Kinder mit einem gespannten Gesicht. Stellen Sie sich das genau vor. Die kommen da angefahren im Audi A8 in der Langversion oder im SUV von Reuternack. Kommen die da, kommen die da angefahren. Und dann steigen die aus mit diesen Schwimmnudeln. Die haben diese Schwimmnudeln, wisst ihr, in allen Farben des Universums. Ich wollte auch immer so eine Nudel. Ich habe immer zu meinem Papa gesagt, Papa, bitte kauf mir so eine Schwimmnudel. Und dann habe ich lange gequengelt und irgendwann hat er mir dann an Weihnachten diesen gelben PU-Dichtscharm aus dem Fensterstock rausgeschnitten. Das haben wir dann so rumbunden, das hat dann ausgeschaut wie so eine vertrocknete Ingwerwurzel. Aber ich war glücklich, wie es so ein bisschen im Allgäu. Ich bin so wenig, sind mich schon zufrieden. Meine Gage, meine Gage für heute. Danke an Reuternack, Hakspaks. Also, da sind wir noch glücklich. Und ich stand damals am Lächeln. Bei uns hat man nicht gespielt, wissen Sie. Bei uns hat man gearbeitet. Das schwäbische Prinzip. Schaffer, Schaffer, Schaffer. Alltag am Schaffer. Wirklich, meine Mama. Meine Mama hat 24 Stunden am Tag gearbeitet. Ich war eine Ackergeburt. Also, meine Mama hat mich die ersten zwei Stunden für eine Kartoffel gehalten. Und ich habe damals schon gesagt, ich stand damals am Lächeln, ich habe das damals gewusst, ich habe das damals gesagt. I told my Mama, I said, Mama, please, in the name of the Lord, I want to go over that river, I want to go over the lake. And my Mama said, you're going to listen to what my Mama said, dear Broward, I want to understand that piece, bitte. My Mama said, oh boy, oh dear, good boy. Sie waren in der Sankspareide, aktiv. Oh dear, good boy. If you go over the lake, you can never come back. Aber ich habe es geschafft, mit dem Albus Freunde zuwider wünschen und sieben auch das möglich. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020